In diesem Video möchte ich die Harfe erklären. Dies ist eine keltische Harfe oder auch Hakenharfe, wegen dieser Haken. Und das ist eine Konzertharfe, die heißt auch Doppelpedalharfe, wegen diesen doppelt verstellbaren Pedalen. Die Harfe ist ein Zupfinstrument, ähnlich wie die Gitarre. Die Noten werden aber aufgeschrieben wie beim Klavier, im Violinschlüssel und im Bassschlüssel. Man zupft mit vier Fingern jeder Hand. Die kleinen Finger sind zu kurz, die spielen nicht mit. Damit man sich auf den ganzen Saiten zurechtfindet, haben sie verschiedene Farben. Die C-Saiten sind rot. Und die F-Saiten sind blau. Um einen Halbton zu verstellen, muss man diese Haken hier bewegen. So ist das F. Der Haken oben ist Fis. Der Haken oben ist Fis. Jetzt muss man jedes Mal die linke Hand frei haben, um einen Halbton zu verstellen. Deswegen wurden irgendwann Pedale für die Füße erfunden, damit man das machen kann, während beide Hände spielen. Jetzt steige ich um an die Konzertharfe. Da habe ich sieben Pedale für jeden Ton eins. Und ich kann den Ton immer in zwei Richtungen verändern. Ganz oben ist das Pedal in der B-Stellung. Jetzt nehme ich das C, das ist dann ein Zes. Dann trete ich es runter in die neutrale Stellung, dann ist es ein C. Damit kann man dann ganz viel Halbtöne verändern. Das über die Seitenseite nennt sich Glissando. Im Orchester wird die Harfe oft zum Zaubern eingesetzt. Zum Beispiel im Nussknacker von Tchaikovsky. Zaubernator von Tchaikovsky 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 Vielen Dank.